Ja Leute, willkommen zu dieser Folge von BETA. Ich nehme jetzt ganz fix auf. Äh, da hätte ich nämlich eine Folge für, ja, diese Woche eigentlich, ne. Ich nehme jetzt aber am ersten noch auf. Ich denke, das passt wieder ganz gut. Ich war bei einer Seite dagegen, wo ich mich zum Suchen gehen, ne. Ich denke, das ist mal nicht schlecht. Ich habe übrigens keine Essen dazu bekommen, das ist gut. Wahrscheinlich war die Chance aber nicht geladen. Ja. Der Kies ist auch kein, ups. Äh, ja. Der fühlt mir ins Nichts. Ich werde eigentlich noch einen Pärmhäuser da bauen. Das ging ja bislang noch nicht. Jetzt habe ich grad eigentlich das Haus ja weg gewesen. Du warst schon das höchste Haus in Minecraft, also irgendwie. Im Sommer 2018 gebaut habe. Ich glaube nicht, oder? Hm. Ich weiß grad nicht. Ich dachte, es gibt noch ein größeres, aber gut. Ich weiß jetzt auch nicht alles. Ich möchte einfach noch weggekommen. Weil irgendwie die Map irgendwie vom Stand 2018 im März war, ne. Glaube ich. Hm. Ich müsste eigentlich. Ups. Das ist nochmal ein Tier. Freihand ist gut. Also nicht mit Schwerden rumlaufen. Ach, die alte Gegend hier, ne. Auch ist nicht schlecht nochmal. Zwischendurch. Mal wieder zurück. zu kehren zu gucken was hier abgeht das hab ich jetzt mal gebaut und so bisschen anfangs wo man durch hat und krummelt hier ey mann 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 leidet kein Sand da drin das ist schade ich will mir auch was immer die krummeln mich alle ganz schön die ganzen Mobs muss man hier schon rein nehmen aber ich finde es ja ganz gut aus die Welt war eine schöne Grashower wie man so komisch nach Tiger aussieht wie früher da war es wie immer noch anders die ist alles auch zugefahren auch so wie ich eigentlich ganz zufrieden bin mit der Mapdatei au da fehlt ein bisschen gebaut ist aber der rosa sieht die wieder ab hier oh scheiße es wird dunkel alter aua oh es wird dunkel ich wollte heute über ein Sperrtchen ich hätte ja nur Brücken hier noch da bauen sollen ja egal jetzt muss man drauf schwimmen 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 und komische Inseln hier ich werde so eine Sandbänke simulieren hier wir sind tauchen wir sind undercover hier go 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 ich bin schon vollständig nach 8 Minuten so beenden alles bisschen knapp ist ja letzte Folge nochmal zusagt am Ende da sind wir schon hell erleuchtet ich glaube das ist ein richtig schönen direkten Weg von da zu anderem Haus das gibt es nicht so richtig na glaube ich das ist auch mal kurz eine Idee so eine große Brücke zu bauen im Himmel so und dann so eine Riesenbrücke so noch da so eine in der Luft so weißt du das wird quasi über den Himmel äh durch den Himmel gehen so und dann wir brauchen noch Blöcke in die Luft na irgendwie 20 Blöcke und dann bauen wir einfach so eine Riesenbrücke da drüber zu meinem anderen machen wir es das wäre voll cool aber das wäre jetzt dass wir Arbeit ohne Ende da werden noch viele Bäume pflanzen müssen so ich hoffe ich hoffe ich kann jetzt wieder schlafen tschau seht nicht erwünscht ich gehe mal schlafen ich gehe schon mal aus aber es hat geklappt sehr gut bisschen dunkel so wie machen wir es am besten jetzt habe ich so viel Glas äh Sand gesammelt das Riesenfenster auch noch machen ach warum nicht passt doch zack bisschen Sand rein für kein Glas zufällig für kein Glas zufällig Alter Schwede wow jetzt kommen sie von oben Junge ich dachte sie sind friedlich Junge 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 also der Bede war hier ein bisschen anders drauf ne ich brauch dringenden Zugang nach oben hier ey aufs Dach das ist absolut nötig die nächste Folge scheiß Vieh alter ich brauch hier dringende Anfragen nach oben ob ich aufs Dach gucken kann warte ist lebensgefährlich was ich hier in der Veranstaltung oder Leiter oder was weiß ich meine Fresse alter sind die gut drauf da passt die Musik gar nicht jetzt zu oder die Musik stammt von der Spinne die Spare keine Mitte verdammt doch hab ich doch hier hab ich doch keine Mitte hier habe ja keine Mitte hier hab ich doch eine Mitte ich hab doch eine Mitte das kann ja so was so machen Ich kann hier noch Fackeln dran setzen, oder ist das dann zu viel? Nee, ist zu viel. Hier können wir Fackeln dransetzen, warum nicht? Das ist immer noch das Schlafzimmer. Ich kann mich in die Ferne gucken, warum nicht? Wie viel Zeit habe ich noch? Nicht mal so viel. Aber eventuell zwei Treppen erreichen. Mach mal bitte einen Aufgang. Etwa so. Oder einen noch zurück? Nee, einen zurück. Oh Gott, die sind nicht stabil. Ich glaube die Treppen auch nicht, ne? So, ich war es eingepackt, ey. Meine Fresse. Noch mal das Gleiche. Erstmal bitte von da nach da nach da. Toll gemacht. Ganz klasse. Boah, ey. Jetzt hab ich halt drei unnötige Stairs noch, ne? Ciao. Ich werd's bereuen, weil ich die irgendwann brauchen werde. Wey. Wir haben jetzt einen schönen Aufgang. Ich hoffe, ich bin die Seite nicht so gut. Ich hab hier noch was dran, oder? Obwohl, jetzt hab ich mir zu gescheuert, oder was? Ich komm von unten. Ich trepp noch wieder eingesammelt. So sieht man sich wieder. Ach, lass mal so. Also Leute, haut rein, ich muss beenden. Und ciao.